Klar, das wäre jetzt auch Plan B, dass der dann zum Beispiel die Instandsetzung übernimmt. Man könnte theoretisch die obere Schicht nicht erneuern, sondern vielleicht noch eine Schicht draufsetzen, weißt du? Wäre eine Möglichkeit. Waren die jetzt unten oder oben? Oben! Das war Vigil? Da sind zwei, also Setcher und Turmer sind auf jeden Fall dort. Oh, er hat gerade versucht hier aufzumachen. Im Gym ist jetzt wahrscheinlich einer, weil da wo die Welt ist. Ich habe meinen, das ist ein Gym aktuell. Sehr gut. Der Setcher ist noch nicht drin gewesen. Der Setcher geht jetzt in Gym rein, bzw. ist noch ein Gang davor. Nein! Ich weiß nicht. Ash haben sie noch und genau, Ash ist da. Ich auch. Es war einer, nee das war hier Dings Dokapi. Er ist tot. Einer ist doch ein Klassiker, der ist tot. Wo? Ok. Wo? Hier unten bei Riot. Hier unten mit. Wo임? Hier unten es. Hm. Ja das hinten, ich könnte. Warte, warum läufst du denn? Bist du eigentlich retarded? Warum machst du das du bist ein richtiger Alex? Das kann ich nicht verstehen, der Lecher Schreib's ihm lieber H drin, Sibana Sibana Und Pain Wachtung, sie hat dich Knopf von B, maybe Knopf 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 Nice, schön gespielt Down Sorry Äh, ich Abziehen Okay Den hab ich nicht gesehen Ähm, Gürtelock draußen Keine Ahnung, was ist das Bei Dragon kommt jetzt der Maverick rein Jeden Moment Ja Maverick ist ähm Schon drin Kann dir markieren wenn du sagst Ähm, die Treppe runter gerade Also der Raum an der Treppe ist clear Mehr kann ich das nicht sehen Keine sinnvolle Gamer Eier Eier Ein afro-zolle Mhhh Und Michi? Wir müssen darüber reden Dass du mal ein Ace Guard geklaut hast Ja Ach, das war doch nur die Falle Mh Das war ein passiver Ace Cloud Woah Und jetzt schreibt noch so Frost Ja, hat er kapiert, ne? Wahrscheinlich Alter, das war doch mal schön Arbeit Ich will schon ferns dran Awww, das war glaube ich echt, aber ich bin mir nicht sicher Ja, er hat die Camp, Lobby Camp Ist vor Office gewesen Ich habe den Schocken gesehen Ich habe den Schocken gesehen Ich habe den Schocken gesehen Hey Fleizen Oh ja Bitch Genau, er hat nicht einen Hit kassiert, Capito ist oben. Ok, ich weiß nicht, ob ich das nicht gehört habe. Ich habe die Kugel. Ich habe die Kugel. Ich habe die Kugel. Wie hast du sie getroffen? Die war bei mir nicht mal auf dem Bildschirm. Sie war kurz da, da ist sie weg und hab ich aber eigentlich die Luft getroffen. Ja, das stimmt. Sie hat eigentlich schon wieder weggetroffen. Ja, das ist Bullshit. Hast du noch ihren Elmbogen gestreift? Das hatte ich aber auch schon, dass ich so gehittet wurde. Aber... Zwei oder drei vor der Garage. In der Garage. Nein, nein, Small Room. Also, der Raum da links. Leg, 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 leg. Ja, ja, hab's kurz gesehen. Ich bin nur hängen geblieben. Ja, wieder hoch. Der wird die Seite jetzt gut abaimen. Du musst wahrscheinlich auch genau über die Treppe. Ja, ganz reich, ganz ruhig. Und keine Kamera übermachen. Der liegt. Der liegt. Der liegt. Der liegt von mir, ja. Schön. Good job. Nice job, man. Nice gemacht. Huja. Korn, da nicht durchgekern. Das ist durchwollt. Wir sind nicht weg. Der geht los! Oh ne, ich fand die Leicester. Von rechts kommt der andere Typ. Wow, wow! Wow. Kick down! Schick, schick. Ist das eine Pistole? Ja, die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runter nehmen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, das. Du Ruhehänder! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, die haben verboten am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Spänze mit der Gänse. Lass mich! Oh mein Gott!